Wie ist die Struktur von Neutron? Wir haben unsere Reise durch Galaxien angefangen und auf der Milchsterrasse das Sonnensystem erreicht, das für die anderen Galaxien der Bausteine von anderen Systems ist. Auf der Erde, einem Teil des Sonnensystems, haben wir festgestellt, dass die Großartisten Gebäude wie die Pyramiden in Ägypten auch aus kleinen Bausteinen bestehen. Und sie sind von gleichmäßigen Steinblocks gebaut. Auf Zusammenschluss der Flusen entstehen die Seen, aber die Flusen sind selbst von Wassermolekulen. Die Ehe zeigt sehr einfach aus Wasserstoff um sauberen Stoff, zu beweisen sind, das sei die Elektrolyse. Wasserstoff seht mit seiner Allekleinigkeit zu den Bausteinen aller Elemente. Das wichtigste Element, das man in der modernen Physik unter der Lupe beobachten kann. Das heißt Photon, Erster Baustein. Verschüden ein Lägen von Photons. Licht Das unsichtbare Licht ist der wesentliche Bestandteil von elektromagnetischen Wellen, die bestehen aus beweglichen Photons. Die kreisenden und geradlinigen Bewegungen von Photons haben eine Frequente und Gehorden zusammen, die erzeugenden Laser. Musik Die kreisenden und geradlinigen Bewegungen von der Lupe beobachten kann. Wie schon erwähnt, eine Sammlung von kreisenden Photons, die sich auf der Ebene von einer angenommenen Kugel entsteht, bildet die Elektronen, weshalb die ersten Elektronen von Photons gebaut. Musik Und die dichteren Sammlungen von Photons bauen die Protonen. Musik Die wie ein Herz schlagen Die Elektronen sind sehr schön. Und haben eine Lichtstrahlung dreimal so hoch wie die Protonen. Musik Obwohl ihre Maske kleiner als beweglichen Protonen ist. Und die letzte Kette von der Kärensammlung. Musik Die Struktur von Neustron. Musik Musik Die Struktur von Neustron. Musik Musik Die Struktur von Neustron. Musik Die Struktur von Neustron. Musik Musik In einem verraumhaften und angebildeten Ort Musik 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 Die Neutronen haben besondere Gestalt und Eigenschaften. Sie sind eigentlich ein verkleinert Sonnensystem. Ihre kleine Sonne, Protonen und Planeten, Photons auf ihre Oberflächen. Die Elektronen heißen und sich um diese Sonne drehen. Deshalb behauptet die Saleh Theorie, dass die ganzen Welt aus Bausteinen bestehen, die engen Photons heißen und in verschiedenen Lagen positioniert sind. Der Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020